so da bin ich wieder ihr habt ihr vielleicht schon gesehen ich war ja schon mit ollie fleißig unterwegs sozusagen habe die altfeld automaten abgeklappert jetzt haben wir folgendes erkennt vielleicht die location hinter mir die regnet da war ich vor vielen jahren schon mal zwei anderthalb jahr müsste es her sein weil ich mit dem ollie hier magnet fischen richtig heiße sache rausgezogen ich habe heute mal wieder mein ollie magnet wieder dabei und ich habe mir gedacht die strömung ist gut das wasser ist super ich mag nicht fische einfach mal bis gleich so da ist der magnet das ist der magnet so sieht aus die regnet und ich würde sagen wir testen gleich mal wir haben schon was dran und zwar mal hier ein bierdeckel und metallstöcke guck mal was wir noch finden jetzt habe ich leider kein handtuch mitgenommen das hätte ich eigentlich machen sollen aber danke warte ich zieh die handschuhe das ist besser wenn ich welche dabei habe ich nehme die zum putzen genau weil wenn ich die handschuhe anziehe die durchnässen so arg kannst du wegschmeißen so weiter geht's so wir machen weiter ihr seht hier da unten ist so ein ding da das ist weil ich habe unbedingt da haben wir ja schon wieder so ein teil da schon wieder so eine eisenstange na schauen wir mal was wir noch finden aber ich halte es da nicht nur gut ich halte es da nicht nur gut nix aber da war was magnetisches es hat richtig gezogen hat es ja ich halte es so irgendwo von an der klacks auch da ist irgendwas unten irgendwas magnetisches ist da da ist irgendwas magnetisches da haben wir wieder solche viecher da sind ja nun schon mehr leute genau das immer zeigt aber schon wieder solche dinge magnet fischen das sieht aus wie so ein fahrrad teil ja aber ehrlich genau richtig eingerostet ey das ist total eingerostet das findet sich schon was denkst du du kriegst das nochmal hin oder das da schau mal ein bisschen weiter rein da in die Mitte oder so ja das ding ist magnetisch aber auch schwer das ist aber auch schwer das kriegst du nicht raus das brauchst du dann besser als magnetchen aber mit bewegen tut er sich aber mit bewegen tut er sich ja er bewegt sich muss man doch was am wagen gehen ne gut auf gehts ja haben wir hier jetzt wegnehmen eine metallpfeile eine kleine dann haben wir wieder so ein draht schrauben erste rechte schraube wahnsinn machen wir weiter rutsch da mal hier weg man muss ja aufpassen du darfst dich nicht da hinstellen du musst da bleiben auf den stein besser genau so ich darf dir da was passiert und ich hab die verantwortung hier ja alles gut oh ein bierdeckel sehe ich jetzt schon und eine schraube ich wieder haben wir hier ein bierdeckel magnetfisch ein bierdeckel hier ist der magnet dann haben wir hier das große wieder so metallstücke das sind noch kleine jetzt sind wieder schrauben ja und hier schraube naja kommt einiges da kommt einiges zum ich würde dann mal dann rüber verwandern naja das ist gut ne da nicht das ist das ist wir haben hier eine schraube noch eine schraube noch eine schraube noch eine schraube dann haben wir hier geld stück davon ist das ding so warte pause und weiter jetzt so schauen wir mal wieder das graben schmutzig so jetzt ist es besser als andere so genau hier so so oh oh nee naja doch das ist eine batterie eine batterie schaut mal hier eine batterie rausgefischt mit dem magnet hier eine batterie eine batterie oder eine batterie verspreche mit der batterie oh 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 das ist nicht gut der ist gut nein stein also gut aber man kann es ja mal austesten so dann machen wir hier weiter da kommt da kommt fließ zum ich ziehe es aber trotzdem mal ein bisschen weiter mal quatsch da ein stück draht noch ein stück draht erstrechter draht erstrechter draht dann dann haben wir hier noch eine platte und dann noch eine oben drauf kleiner stein nicht schlecht so leute jetzt gehe ich einmal da vor vorsicht soll der mal davor gehen ich bleib da hinten man kann es ja filmen auch der kommt ja eh dann ähm genau warte nix da ist auf jeden Fall nix probier's mal da wo? da in der Mitte nene da seh ich das nix gehen wir das zurück aber ich nehm das mit Backmann vorsicht so 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 mal mal knetfischen wir tun magnetfischen liebe leute da ist er dann nehmen wir auch mal ihn mal sehen sieht man mich gut ja jawoll dann auch das ding ja lego dann fangen wir an hüppstah uh der war gut also beim ziehen durch ja ja oh oh schon wieder seh ich jetzt schon wieder mal wieder mal wieder dings denken wir da aber diesmal oder jetzt haben wir den da wir haben hier ein stück draht draht noch ein stück draht eine schraube eine schraube eine schraube wahnsinn 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 also roy oh und oh oh fun wir haben ein fund wir haben hier wie wir sehen mit stein eine schraube nagel nagel kleine nägel ja noch mal kleine nägel und andererseits eine heftklammer heftklammer und da ist noch ein stück vom heftklammer wahnsinn wahnsinn von kann man doch alles zusammen so ein bisschen weiter hoch so eine weitsicht zu mir hat so leute magneten da war irgendwas fettes, da bräuchte man was kreis da war jetzt nichts dran, außer wieder noch ein ding oh so wir haben hier, muss das mal genauer anschauen jetzt, Geldpfund hier haben wir erst einmal wieder so ein, das ist ein Schraubenschlüssel Geld Geld eine kleine Kohlenplatte eine Mutter eine SD-Karte und ja das schon, seht ihr das nochmal hier unten können wir dann alles zusammen lernen später können wir uns nachher besser angucken das ist alles eh hier verteid so, schauen wir mal was er noch findet den guten Leon da schweißen wir nicht mehr hin da vorne, da sind sie so gezogen da ich Angst, ich muss da echt ins Wasser steigen jetzt gehen wir mal oh 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 Das war hier hinten drin. Ich glaube, ich mach da weiter. Ja, ich denke aber auch, oder? Eine Grillzange. Ich glaube, ja. Der hat bestimmt noch das größere Bestand. Nee, da weiter hinter. Eine Grillzange. Nichts. Doch. Doch. Ist doch ein Ding, aber okay. Mach langsam. Algen. Algen. Ja, lustig. Eine Grillzange. Grillzange. Aber du musst noch mehr drin sein. Da muss noch mehr drin sein. In einem Eck da. In einem Spann. Zum Lächeln. Oha. Ach, der hat doch vorhin so gezogen, ne? Ja, das hat er gezogen. Ja, das hat er gezogen. Ja, das hat er mit dem Eck gestanden. Nix. Nix. Gibt's da, der? Ah, die Grillzange rauskommt, oder? Ich kann sagen, vielleicht mach ein bisschen weiter. Vielleicht weiter, nein. Hier ist ja der Nonellen Elektronik, hat hier schon vieles rausgeholt. Wahnsinn. Nix. 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 Ja, da mal. Da. Da, ja, da, wo die Stöcke sind, da nimmt man rein. Ja, da war es auch noch nicht. Ja, aber da hat er voll gehangen. Die reinig ist nicht da, wo ich gekommen bin, soll. Aber, ob der hier auf der Seite nicht weg ist, da muss keiner da rein. Ich kann auch reinsteigen, so ist es nicht. Oha. Nix. Höh. Nur das Ding, das nicht verkampelt. Wo kann man denn noch am besten? Vielleicht da an, wenn der wäre gut. Weil die Steine auch sind. Ja, nicht mehr, das sind die Steine. Da ist ja voll, da ist nicht aufgehangen. Da gehe ich auf keinen Fall rein. Und du auch nicht, ja, die Strömung ist sehr stark. Schauen. Der war ein guter Wurf. Algen. Das sehe ich jetzt schon. Nein. Nein, nicht einmal. Keine Algen. Wir haben wieder ein Stück, ein Schraubenschlüssel. Ha. Oh. Mit Algen. So, wo wandern wir jetzt hin? Warte mal, ich gehe mal ein wenig da her. So, dass man dich auch schiebt. Ah, ein Pfund. Ja. Oh, aber gleich viel. Schaut, Leute. Warte mal, dass du nicht, dass du die Elektronik hier wegwunschst. Wir haben hier eine Schraube. Einen Nagel. Oder einen Nagel, kann man auch sagen, genau. Und auch noch einen Nagel. Jawoll. Kleiner Nagel. Kleiner Nagel. Fertig. Oh, lecker. Aber die Zange, die ist oberheftig. Ganz schön verteilt das hier. Aber Leute, die Zange da, die ist oberheftig. Wo haben wir die andere hin? Welche anderen? Weißt schon. Da haben wir da oben und wo liegen. Da liegen die anderen. Da ist die Batterie. Ja, da hol die mal. Warte mal. Zeig dir auch. Zeig dir auch. Leute, ich nehme euch kurz mit. Na? Das ist die Batterie. Ah. Schau. Die Batterie, ja. So, legen wir mal kurz dahin. Bezorgen, dann weiter mal. Leg mal alles mal hier hin. Zwei Stadien, da und da. Aber richtig bescheuert. Schauen wir mal, was er noch so kriegt. Ich möchte echt nicht. Da habe ich noch was glänzendes Seher, da wo du gerade drauf bist. Hast du es auch gesehen, ne? Ja, glänzt das. Ich hoffe, ich bin jetzt raus. Also, das ist nicht magnetisch. Das können wir nicht rausholen. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Oh, lecker, aber das mit der Zange war heftig. Das ist heftig hier mit der Zange. Aber da muss noch mehr sein. Das kann nicht sein. Muss noch noch mehr sein. Da ist ja auch was. Wo? Da ist ja das weiße, ich gehe gerade auf. Irgendwas weißes. Aber ich weiß, ich will nicht, dass das Ding hängen bleibt, ne? Ja, der hinten daneben. Ich weiß, was er zuerst noch rauszieht, wenn du das gut geworfen, eigentlich. Ja, heute nur den Tag zum Ding, oder was? Schrauben. Schrauben. Ja, eine kleine Draht. Draht. Und nochmal ein kleiner Draht. Dreck. Dreck. Gut. Warte mal, ich gehe in der Herd. Sodass das auch man sieht, wo du genau hinwirfst. Warte mal. Ich helfe ihm mal, ob sie sprünge nicht auf. Das Ding hier weg. So. Wo war das weiß? Warte, das war eigentlich da, wo du vorhin warst. Hier, warte. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob das rauskriegt. Wieder daneben. Oh. Da hat was gescheppert. Ich hole ihn. Das hole ich mir. Ja. Vorsichtig, Leon. Sei bloß vorsichtig. Ja, da, da oben. Ja, das Ding da. Draht. Was sonst? Ne. Warte Leute, ich nehme das mal kurz in die Hand. Das ist nämlich wieder so ein Metallstückchen. Na ja. Der Lärm bringt schon wieder gute Dinge. Ja, da an der Seite ist doch irgendwas. Da klappert es die ganze Zeit. Die Steine sind es, ne? Schon wieder. Und? Komm her. Aber da vorsichtig. Seilwände. Stück Draht. Bumerang. Stück Draht und Bumerang. Toch. Oder wo ist das Teil da? Nehmen wir mal kurz mit. Das war ekelhaft, ob. Nein, Mr. Leon. So. Oh. Oha. Der Erwerwald. Ja. Oh, da zieht es ganz schön. Hast du es gemerkt? Da zieht was. Ja, aber da zieht was. Da zieht etwas. Was haben wir denn schon wieder? Warte, gib mir das in meine Hand. Ein Schraubenschlüssel. Willst du kurz mal nehmen? Ja, machen wir eine Pause. Warte. Gut. Warte. Halt es mal fest, bitte. Zeigt die Regnitz ein bisschen. Ja. Und da hinten ist... Ja. Okay, Leute. Da nimmt er euch mal. Dann sage ich mal, wir sind jetzt hier bei der Regnitz. Klasse Scheiße hier. Dass ich da alles gefunden habe. Wir gehen da mal kurz rüber. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das glaubt ihr mir nie. Ich habe hier... Ich kriege jetzt alles da her. Das da rausgezogen. Und das hier. Eine Grillzange. Haben wir hier rausgezogen. Da regnet es. Magnetfischen. Siehste, ich wusste doch, wenn ich jetzt wieder anfange, ich finde wieder was. So, hier liegt auch das Zeug. Und da hinten hier liegt mein Magnet. Da liegt mein Magnet. Ja, ich mache jetzt eine kleine Pause. Dann buckel ich hier noch ein bisschen. Zieh dran, Oliver. Oh. Treeh dran. Oh.